Macht dir dein Leben eigentlich Spaß? Also, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit lachen, aber... ...ja. Ich bin schon gerne Arzt. Und mit Andrea habe ich eine tolle Frau. Das meine ich nicht. Macht das für dich Sinn? Also, ich finde es zumindest nicht sinnlos. Pitchy? Sagen Sie, er hat sich mein Bruder bei Ihnen gemeldet? Was ist so geil an Pitchys Leben? Lauter, halbherzige Frauen-Geschichten? Kein fester Job? Alter, du bist hier eifersüchtig. Was willst du eigentlich von mir? Dein Bruder ist weg. Köpchen ist endlich. Weißt du, letzte Woche wollte ich mir so eine Nespresso-Kaffeemaschine kaufen. Aber irgendwie ging das nicht mehr. Ich bin Arzt geworden, bin verheiratet, guck mir gerade Reihenhäuser an. Plötzlich konnte ich diese scheiß Kaffeemaschine nicht mehr kaufen. Vielleicht hatten Sie einfach die Schnauze voll von Ihrem scheiß Wichserleben. Ja. Weekend. Weekend. Wann im Berg.